Wir sind das größte Festival, wenn es um Nachhaltigkeit geht und in diesem Jahr vereinen wir sowohl Online-Stream als auch Vor-Ort-Veranstaltungen mit tollen Partnern, mit Startups, mit Corporates, die die größten und wichtigsten Themen der Nachhaltigkeit ausstellen, weil das ist uns wichtig und wir finden, dass auch in diesen besonderen Zeiten das Thema weiter vorangetrieben werden muss und freuen uns besonders, dass die Deutsche Bahn ein starker Partner dafür ist. Die Green Tech ist für die Deutsche Bahn das ideale Forum, weil wir können hier nicht nur in der Ausstellung faszinierende Technik, neue Lösungen präsentieren, wir können in der Konferenz mit vielen Experten aus der ganzen Welt neue Wege für nachhaltige Technologien diskutieren und das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Wir freuen uns als Premium Partner dieses Jahr wieder mit dabei zu sein. Das Green Tech Festival bietet eine ganz großartige Plattform, um neue Ideen, neue Technologien, neue Partnerschaften zu kreieren, aufzubauen und nur mit einer massiven Verlagerung des Verkehrs von der Straße hin zur klimafreundlichen Schiene werden wir als Gesellschaft unsere Klimaziele erreichen und unserer Verantwortung gerecht, dass wir unseren Kindern und unseren Enkelern einen Planeten hinterlassen, der genauso großartig ist wie der, den wir von unseren Eltern bekommen haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.